Sehen wir schon am 3. Dezember den ersten Teaser zu GTA 6? Das werden wir in diesem Video mal beleuchten, die Chancen dafür stehen wirklich gut. GTA 6 wirft seine Schatten voraus und wie wir ja wissen, wird Anfang Dezember der erste Trailer dazu erscheinen. Jetzt gibt es aber neue Hinweise auf einen etwas früheren Teaser und zwar eine Facebook-Werbung, die am 3. Dezember online gehen soll. Aktuell ist das noch verschlüsselt, aber ein Meta-Mitarbeiter, also von Facebook, will herausgefunden haben, dass die Administratoren dieses Posts, der Game Awards Host, ich weiß jetzt nicht genau wie er ausprobiert, Geoff Cayley und andererseits Rockstars Executive Marketing Vizepräsident Mark Adamson sein sollen. Das bedeutet, wir haben hier die Kombination Game Awards mit Rockstar und es spekulieren ja auch viele, dass Rockstar den Trailer am 7. Dezember rausklopft, wenn die Game Awards sind. Ich war da immer sehr skeptisch, weil das absolut nicht Rockstars Stil ist, das auf einer anderen Veranstaltung zu machen. Ich bleibe auch dabei, aber wenn man das jetzt hier sieht, ist die Chance natürlich groß. Das bedeutet, wenn wir Glück haben, 3. Dezember schon so ein kleiner Teaser, so eine leichte Werbung dafür und dann 7. Dezember der Trailer selbst. Das wäre natürlich absolut gigantisch. Der 3. Dezember ist übrigens ein Sonntag und an einem Sonntag hat Rockstar auch damals Red Dead 2 angeteasert. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Was sagt ihr dazu? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, folgt dem Kanal für mehr GTA 6 News.